sali servus und hallo reiner hier in diesem kurzen video geht es um meine ankündigung und zwar habe ich es vermutlich geschafft weiteren kanal zuerst stellen warum der aktuelle kanal wo jetzt auch dieses video ich noch mal hochladen werde soll sich noch rein um die fotografie widmen und der andere kanal der aktuell live rano rössler sich nennt werde ich versuchen auch noch einzublenden oder werde ich auf jeden fall unten in der video beschreibung auch den link einbetten wenn dich die themen interessieren welche ich dabei handel dann gerne entweder dem oder beiden folgen je nachdem was dich interessiert würde mich sehr freuen wenn du dort wenn wir uns dort wiederfinden bis denn